So, dann wollen wir mal, aha, jo, sehr schön, Elektrizität und, oh Mann, ey, ah, da, hey, 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 oh, Alter, Typ, huhu, okay, gucken hier, was hier, ich glaube, ich schnapp mir den Typen mal, der mich ihm nicht reingelassen hat, sein Kollege geht's nicht so gut, mal selbst auch in die andere Richtung, warte mal, mal schauen, wir werden hier vielleicht noch was finden, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, oh, Muni, Muni ist immer gut, sehr schön, sehr schön, noch, hey, sag mal, oh, cool, Batterie ist noch hier, guck hier weiter, nee, 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 werde ich mir mal den schnappen, den Typen, lässt er mich nicht rein. Na, Typ, na, den kann ich jetzt mal killen, der hat den einen ja eben schon erwischt, ja, ich könnte jetzt, naja, darf ich nicht, darf ich nicht, darf ich nicht, ist auch ein Wissenschaftler, ja, naja, ganz geil, ist noch so ein Viech, das hier ist, ja, wenn jetzt der Strom aus ist, sollte ich doch, sollte ich doch hier lang kommen, kann ich mir schon, ja, okay, ja, alles klar, setzt C, ja, klar, super, oh, ey, sag mal, wo muss ich denn lang kommen, Fenster einschlagen hier, ey, ja, das geht natürlich gar nicht, Alter, wie sind die Nerven, ey, Alter, frisst der seinen Homie gerade? Gibt's hier nix, oder? Ah, Munitürmäßig, ja, das ist bei Half-Life noch so gewesen, dass man nichts aufmachen konnte, irgendwie, wäre auch ganz geil gewesen, da ist schon einiges in den ganzen Schränken drin, aber, wie geht, oh, da ist wieder so ein Ekelvieh, ey, kann ich jetzt hier nicht durch, ey, oh, man, das regt mich auf hier, hier jetzt durch, ja, sehr schön, hier gibt's irgendwie noch Stroh, ich hab dir verabschiedet, egal, let's jump, jump in run, jump in run, jump in run, jump in run, da kann ich dann durch, boah, Alter, bin ich unfähig, komm ruhig zurück, ja, komm, und wieder endlose Tunnel, mal sehen, oh, ja, genau, die Viecher sind noch überall, ne, ja, ja, gut, da komm ich natürlich nicht an die Batarie ran, toll, ja, pff, jetzt bin ich auf die Decke gefallen, auch, geil, wo soll ich denn hier lang, ey, ach, das hab ich gerade gekillt, da, da bin ich nicht durchgekommen, ja, so, alte Computer, aber nix, hol ab, ja, hol ab, ja, okay, jetzt bin ich hier wieder hoch, und dann geh ich hier wieder rein, oder was, okay, noch so ein fucking Headcrap-Scheißer, ich glaub ich lauf da rüber, oder so, yo, okay, wo sind wir hier, ich dachte ich, also, irgendwie wollte ich ja nicht, an die, äh, an die Oberfläche irgendwie so richtig, glaub ich nicht, ey, nicht so geil, hier war ich da, war ich hier nicht eben gerade, ja, hier war ich gerade eben, sehr schön, Munition, Munition, vielleicht soll ich das so machen, wie ich das früher, ganz früher gemacht habe, in anderen Spielen, wo es auch so verwirrend war, und dann immer erst mal eine Karte bauen, irgendwie entspannt, äh, zusammenbauen, eine Karte aufzeichnen, schön mit einem Block mitnehmen und so, naja, ja, genau, geh sterben, Mann, ja, auf jeden Fall, denn ich lauf hier ja nur durch, und diese Gänge sind, das ist der schlimmste, der allerschlimmste Bürokomplex hier, ja, steh auf, Junge, glaub gleich wieder liegen, ja, natürlich, da hier nur das rote Licht an ist, geh ich mal davon aus, dass ich wohl nur, ja, alter, dass ich nur an einem, in einem Teil des Gebäudes, wo ich Strom abgestellt habe, na, mal schauen, hier ist wieder nix, alter, überall Windows-PCs mit Blue-Screen, na, oh, hallo, Alter, mach die Tür auf, Mann, oh, shit, ey, jetzt mach mal die Tür auf, Mann, Ja, dann guck ich da halt mal, geh mal weg, geh mal weg, 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 weg. ganz geil mit dem ding kann man noch ein bisschen was anfangen hier jetzt geht's ja 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 ganz geil Alter das Ding ist richtig geil jetzt schieße ich nur auf den Rollen. Echt ganz cool das Ding hat wenigstens Power mal gucken hast du es auch mal geschafft wie lange du gebraucht hast nimm doch lieber einen Revolver so wie ich ist viel geiler so mal gucken wo ich lang muss ah das ist eine Batterie obwohl ich echt ein bisschen mehr Lebensenergie bräuchte gucken wo ich hier lang muss jetzt Leben sonst ist ja nix könnte ich hier hoch so ne ey Junge ganz ehrlich du bist echt hilfreich Alter wo muss ich lachen bis ich hier den richtigen Weg gefunden hab naja so hier war ich schon hier war ich überall schon hier bin ich doch vorhin auch schon durch da bin ich oben reingesprungen ja aber toll ich mein okay ich probier's nochmal aber der kommt mir auch nicht hinterher das bedeutet wahrscheinlich ist der Weg nicht richtig aber ich geh da mal durch denn hier war ich ja schon überall hier hab ich schon als gekillt mal schauen da bin ich Ey, ich drehe hier durch, Mann. Wo muss ich denn lang? Äh... Hier bin ich... Ja, hier war ich auch schon. Hier war ich... Was war das? Doch, hier war ich schon. Ach so, ja, scheiße. Oh Mann, ey, ich bin so... Ich bin wahrscheinlich gerade fünf Minuten meines Lebens komplett wasted, ey. Da ist noch einer. Hallo. Kommen die jetzt beide mit, oder? Ja, hallo? Ich muss wieder alles alleine machen. Jetzt seid ihr da, ne? Geil, ihr seid echt so geile Homies, ey. Aber jetzt bin ich doch schon wieder... Ist das schon wieder so aus, wie wo ich vorhin schon mal war? Alter, ich glaube, ich glaube, es hackt. Ich habe so wenig von dieser Revolver-Munition, aber es ist so geil, ey. Ich frage mich ganz kurz echt. Ich erinnere mich an... Oh, oh, oh. Ah, das war wohl nix. Ich frage mich doch mal echt, wo die jetzt irgendwie mal... Alter, was? Wie viel von den Viechern sind denn da? Komm schon. Ach, jetzt auf einmal ist wieder einer da, oder was? Ist da noch einer? Da ist bestimmt noch einer, ey. Ne? Boah. Boah, ey. Drei von diesen Viechern und die Headcrabs und so. Hauptsache fiese, ey. So, und das musste jetzt auch noch sein. Kein Bock mehr, ey. Der läuft mir immer nur... Er ist mir nur in den Weg gelaufen. Ey, geholfen hat er null. Aber wo ist denn der andere? Die war doch noch nie zwei. Na, ist egal. Ja, so. Dumm, 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 tausend Schüttchen. Ja, genau. So ein Viech, jetzt, 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 jetzt. Boah, ey. Oh, ja, super Nummer zwei. Da hinten ist so ein Viech, ne? Alter, kommt, stimmt endlich. Ich will wieder die Rebeurer. Ich brauche wieder Rebeurer-Munition. Das ist... Da, da, da ist noch einer. Na ja, da ist noch einer, ist klar. Und du stirbst natürlich nicht, ist klar. Ey, stirb halt, Mann. Ha, ey. Ey, das mit dem ewigen Suchen, ey, das muss wirklich, wirklich besser werden. Wieso gehst du denn, du, zurück, Mann? Mach mal die scheiß Tür auf. Wieso steht denn der da an der Tür und tut so, als ob er mir jetzt irgendwie die Rücken frei halten soll? Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, und dann auf einmal kommt man ja nicht raus. Super, ey, das ist das, was wir ewig suchen. Ja, ist ja schon ein geiles Spiel, gar keine Frage, aber irgendwie... Ja, genau, nochmal zwei von denen hier. Super. Ja, noch einige wahrscheinlich. Läuft, 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 Funktionen auch nicht. Oh, ja, dieses Vieh immer, ey. Oh, schon wieder so eine Automatik. Hallo. Jetzt geht's aufs Maul. Ey. Ich kann mich überhaupt an diesen Teil, im Original Half-Life-Original, gar nicht erinnern. So, kann ich jetzt hier durch, oder? Dann schauen wir doch mal, was hier sonst so ist. Ist nix, alles gut. Ähm, bum, bum, bum. Hier muss ich hier lang, muss ich da vielleicht hochspringen? Nein, irgendwie nicht. Oh, ja, da warten sie schon, alles. Na super, wenig, wenig Health. Ähm, wie komme ich hier weiter? Ähm, wenig Health. Und leider keine Munition für meinen Revolver, was richtig geil wäre. Ja, weil der ist echt cool. Aber ich frage mich sowieso, man müsste ja ein paar mehr Waffen noch kriegen jetzt, langsam mal. Also das weiß ich zumindest im Original Half-Life. Ich glaube, da hatte man jetzt schon, also, ich kann mich an diesen Level nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass man relativ früh eine Shotgun bekommen hat irgendwie. Und die hätte ich jetzt schon ganz gern. Ah, Health. Ah, Gott sei Dank. Endlich will ich ja ein bisschen Health. Auf jeden Fall meine ich nur wegen Waffen, wundere ich mich ein bisschen. Weil, oh, der hat das nicht so geil hingekriegt. Ähm, wegen Waffen war das nämlich so, dass man die... Boah, ja, geil, zwei Stück wieder. Muss ich dann nachher durch, oder? Das Gute ist, dass man die ganz gut ausstreifen kann, irgendwie. Was haben wir hier? Muni oder was? Na, jedenfalls wegen der Waffen ist es halt so, dass ich mich daran erinnern kann. Ich kann mich zwar nicht an den Level hier erinnern, aber ich weiß, dass ich relativ fix eine Schrotflinte hatte. Und, ähm, die hätte ich eben jetzt... Ah, Alter. Blablabla, jajaja, klar. Auf jeden Fall hätte ich die ganz gern jetzt. Boah. Na, ganz geil. Na, ganz geil. нич Puh, sind das jetzt endlich alle oder was? Ich habe original null, also zehn Schuss habe ich noch. Damit komme ich nicht weit. Mal schauen, wie ich hier. Ich brauche jedenfalls nur Munition, ich brauche Health. Ja, ganz geil, noch ein paar von den Homies hängen hier ab, ganz geil. Jetzt gibt es Revolver ins Gesicht. Ey, der Revolver ist so geil. Need more, ey. Oh, da, geil. Das fand ich jetzt nicht schlecht. Aber es ist schon immer relativ wenig Muni, was man so kriegt. Yo, Freezer. Daran kann ich mich original gar nicht erinnern. Ich kann mich sowieso an ein paar Sachen nicht erinnern. Oh, hier ist Nick. Oh, hi. Was hat sie? Achso, sie hat sie verfolgt. Yay. Es ist echt ganz geil, weil es ist mir nie so richtig aufgefallen. Wenn man auf die Wissenschaftler schießt, die eine Headcrab auf dem Kopf haben, dann muss man auf jeden Fall auf den Kopf schießen. Weil sonst die Headcrab der zweite Gegner ist, den man besiegen muss. So. Eier. Oh, da ist Lippen. Energie. Und Munition. Na gut. So, wo muss ich jetzt hier lang? Boah. Ach, das ist eh so ein ewiges Schein. Aber mit dem Revolver gehen die doch ganz schön schnell platt. Wenn ich mir vorstelle, wie krass lange das gedauert hat. Wie lange das gedauert hat, als ich das beim ersten Mal gemacht habe. Das war schon eine andere Geschichte, ey. Jetzt mit dem Vieh ist das schon... Mit dem Revolver ist das schon geil. Deswegen brauche ich jetzt unbedingt... Wo geht's hier weiter? Ah, super. So. So. So, mal gucken. Physikritzel. Hi. Ja, ich bin so unfähig. So unfähig. Diddlidli. Okay, alles klar. Das passt. Dann drehe ich das mal weiter. So. 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 Das müsste jetzt ja passen, wenn ich da hinten hoch springe. Didi, Didi, Didi. Ich frage mich, ob hier irgendwie Strafe Jumping. Na ja, muss ich mal ausprobieren. Wenn ich mal nicht in einem Schein weiß, Lüftungsschacht festhänge, wie Bruce Willis in Stirb langsam. So. Mal hier gucken. Da, auf jeden Fall, was ich vorhin meinte, ist echt, die haben halt super viel geändert. Und das fällt einem auch schon gleich am Anfang auf. Da konnte man ja im Bereich Speedruns, wenn man sich das im Netz so anguckt. Ich wusste es nicht, aber ich wusste es nicht, aber ich habe mir ein paar Speedruns angeguckt vom Original Half-Life. Da kommst du ja einfach teilweise irgendwelche Treppen runter springen, anstatt den Lift zu nehmen und so. Und das hat dann natürlich einfach unheimlich Zeit gespart. Zeit gespart. Oh, schön. Battery Power. Ja, da drin war ich nun gerade. Na ja, das ist hier. Okay, jetzt verstehe ich. Alles klar. Mal sehen, wie man hier rauskommt. Oh, Alter, was? Das Vieh, ey. Oh, Mann, ey. Das war echt zu doof manchmal. Hallo? Wieso geht das jetzt nicht? Und worum ist das überhaupt da? Nein. Genau. So. Mal schauen hier. Da kommt es nicht durch. Da hoch kann ich, glaube ich, ne? Äh, ja. Äh. 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 Ach, das ist ja eine Leiter. Oh, ich bin so blind, ey. Ich bin nicht zu blind. Oh. Ja, ganz geil. Runter, weg. Okay. Kann ich das jetzt abstellen? Dann irgendwie mal schauen. Ja, okay. Alles klar. Jetzt geht's, oder wie? Ja, okay. Ja, wäre sonst ein bisschen ungeil gewesen, ne? So brennendes Gas und so. Mal schauen. Ich bin auch so ein Jump-Movement-Krüppel, ey. Ehh. Sterbe. Das ist aber wieder die gleiche Treppenhause? Okay. Ja, keine Angst, Jungs, ich bin's nur. Aber das ist doch genau das gleiche Treppenhaus. Mal gucken. Ja, danke, dass du mir jetzt hier an die Oberfläche... Ja, hab ich Bock drauf. So, schaffe ich aber auch ohne euch. Hab die ganze Zeit auch vorher ohne euch geschafft. Ja, ich darf natürlich wieder, you lead the world mäßig. Ganz geil. Ich bin immer derjenige, der sich um alles kümmern muss. Der ist geil, dass du auch schon da bist, ey. Weißt du? Ah, wow. Alter, der G-Man. Der taucht auch immer wieder auf, ne? Ja, hi, Jungs. Ja, bleib doch hier. Ja, genau. Genau. Genau, stell du dich mal nach vorne. Kümmer dich mal drum, ey. Ich musste ja keinen Bock, immer alles machen zu müssen. Ja, genau. Hier zum Beispiel kannst du dich sofort instant rumkürzen. Boah, ey, Mann. Da ist doch noch so ein Vieh, ey. Ja, genau, hol mal ab. Headcrap lebt doch noch, oder? Ich glaube, es lebt noch. Mehr Muni. Nice. Hast du den nicht gesehen, oder was? Bin ich jeder Einzige, der mal hinguckt, oder was? Ey. Boah, jetzt dreht er sich schon um. Der ist so schnell, ey. Jetzt wissen wir auch, warum. Na gut, es gibt ja dieses erste Erweiterungspakt, das hieß ja Blue Shift. Da hat man ja, oder war Opposing Force ist das erste. Okay, mal kurz. Hat man auf jeden Fall ja, es gab ja einen Add in Blue Shift, da musste man dann Wachpersonal spielen. Okay. Geht's hier? Ach, hier unten war die große Storm. Ach, hier, oder was? Oh, sprühe ich doch mal rüber. Bitte gehst du! Ja, jetzt geht's doch weiter nach oben, sehr schön. Na. Dem helfe ich jetzt nicht, bzw. ich habe keine Ahnung, wie ich dem helfen soll. Mal gucken, aber da müsste ich weiter hoch, ne? Mal gucken. Okay, mal schauen. Und jetzt? Ich kann ja einfach hier rüber gehen, aber das ist ja ganz geil. So. Oh, der Fahrstuhl. Oh, die nehmen wir doch. Oder? Kann ich hier noch was anderes machen? Na. Ja,